Guten Morgen, es ist soweit, wir fahren gleich. Haben wir schon alles? Was machst du? Badzeug noch einpacken. Das sind unsere Taschen. Insgesamt nehmen wir glaube ich vier oder fünf Taschen mit, nur Klamotten. Aber das gehört halt dazu, wenn man zwei Wochen unterwegs ist. Und jetzt fahren wir dann los und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. So, hier noch mal ein kurzes Update. So fahren wir los. Zu zweit wohlgemerkt. Für zwei Wochen Festival. Gut, Zeit und das ganze Zeug ist mit dabei für die anderen. Aber so ist es halt. Und jetzt wird es Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen los. Okay, auf geht's. So mein Schatz, haben wir alles? Ich denke, glaube ich. Na dann? Wir werden feststellen, ob wir alles haben oder nicht. Dann treiben wir los, würde ich sagen. Dann treiben wir los. Wir sehen uns im nächsten Schnitt dann in Goslar, wo wir unser Wohnmodell abholen. Ja. Nach einer kurzen Pause fährt jetzt die Frau weiter. Zwei Stunden haben wir noch, dann sind wir da. Jetzt gerade noch kurz auf dem Rastplatz gewesen und da war eindeutig, das schlechteste Sanifair-Klo, was ich jemals gesehen habe. Das war den Euro definitiv nicht wert. Bei den Damen schon? Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Wo kommen wir nur hin? Das ist sowieso ein komisches Monopol, was die da aufgebaut haben. Aber darum geht es jetzt nicht in dem Video, sondern unsere Reise zum Rockhals. Wir befinden uns jetzt im Autohaus, in dem wir das Wohnmobil mieten. Jetzt müssen wir aber noch kurz warten. Fingen wir mal. Dann haben wir noch eine Stunde. Dann sind wir endlich da. Da ist das Ding, das wir jetzt mitnehmen. Die Frau fährt jetzt und ich fahre raus mit meinem Auto und dann kommen wir an. Und morgen gibt es dann eine Roomtour dafür. Wir haben gerade schon eine gekriegt. Mega geil. Na guck mal, was da kommt. Wir sind da. Endlich. Endlich. Wir sind angekommen. Schön. So, jetzt sind wir da und die sind schon fast fertig. So wie es ausschaut. Ne, schaut nur so aus. Da ist noch einiges zu tun. Aber der Biergarten, die Bänke stehen schon zumindest. Hier. Und der Mutantenstadel, der war ja das ganze Jahr über da gestanden. Siebter Arbeitstag. Gleich zu Ende. Und das alles steht schon. Sehr schön. Guck mal, Johnny ist auch da. Jetzt schon. Hallo. Ja, ich bin nicht digital. Willst du mal den Leuten Hallo sagen? Hallo Leute. Ich bin wieder als peinlich abgestempelt auf deinem Kanal. Ja, wie immer halt. Wir genießen jetzt noch den Anreisetag und morgen geht es dann los mit der Arbeit. Und deshalb würde ich sagen, wir hören jetzt hier auf und ihr seht morgen dann, wie es weitergeht. Gell? Das war es vom Anreisetag zum Rockharts. Schreibt doch ihr alle mal in die Kommentare, wann ihr aufs Rockharts anreist. Das würde uns interessieren, denn vielleicht können wir dann irgendwie was arrangieren. Er will schon wieder trinken. Er muss aber jetzt erstmal was arbeiten. So. Das war's. Abonniert den YouTube-Channel für die Road to Rockharts hier. Schreibt's euch.